Jo Leute, was geht ihr denn? Willkommen zu einem weiteren Video Leute Und ja Leute, wie ihr es denn lesen könnt, heute werde ich was auspacken Und zwar einen leckeren Merch Und zwar, ich habe gerade gesehen, die Post ist auf meiner Straße Also das Auto und jetzt warte ich aufs Klingeln Und dann kann das Unboxing auf jeden Fall schon beginnen Und ja Leute, wie man hier sehen kann, habe ich ein paar Autogrammkarten noch von Moji Also das ist der erste, das ist der zweite, da habe ich noch von Benobi halt Ich habe heute mir dieses Glasteil gekauft, ich war gerade unterwegs Ich habe mir so ein Bild halt gekauft, also das Glas halt, die wissen schon Bescheid Und da ist der liebe Fix Ähm, ja, ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Also ich finde es auf jeden Fall nice Und dann werde ich das da hin machen, aber nicht in diesem Vlog Sondern vielleicht in einem anderen Vlog oder in keinem Vlog Und ja Leute, lasst mal jetzt mal ein Like, da würde ich mich sehr freuen Weil ich habe immer mega Bock und gehypt Und ja Leute, wenn es klappt, dann kommt am Samstag ein geiles fucking Video Und zwar, bin ich dann unterwegs in München, mehr sage ich nicht, es wird einfach krass Also Leute, lasst einen Like da Ja Leute, das Paket ist angekommen, ich bin hyped Und ich würde sagen, wir packen das zusammen aus Okay, von 3D Supply, meine Damen und Herren Digga, komm Oh mein Gott, Jungs Bin hyped Der heilige Moment ist angekommen, wir machen das auf Oh, guter, komm Oh, Jungs Lieferschein Ja, Mann Was habe ich da bekommen? Oh, nice, perfekt Ähm Ja, Digga, nice Partybuch gönne ich mir gleich Jetzt kommt's, Leute, jetzt kommt's Autoklam-Card ist auch dabei Nice, jetzt habe ich drei Stück Aber Digga, die Autoklam-Card ist ja mega sick, Alter Mach mal auf Perfekt Alter, die Autoklam ist halt mega nice Und zwar habe ich hier die jetzt, die Die und die jetzt Also auf jeden Fall Sehr nice So, das legen wir auf die Seite Und jetzt kommt der Hoodie, Alter Ich schwöre euch Ich habe mir sogar eine Größe Größer bestellt Ähm Also XL Fokussiert, Bruder Der fokussiert Ja, jetzt fokussiert er Alter Ich will, Alter Von vorne sieht er ganz schwarz aus Ganz schlicht Und hinten, Alter Tschüss Oh mein Gott, Digga Das ist so sick, ne Season 3, meine Damen Und Andererseits natürlich Mojifam Ähm Auf jeden Fall Wenn ich mir wieder was beschädigt Von 3D Supply Werde ich mir eine Größe Größe bestellen Also nicht mehr L Sondern XL Weil das ist vielleicht so Ja, viel besser für nichts Alter sick Alter, jetzt bin ich einer Vor den coolen Alter, ich finde es sick, Alter Und hier Am Ärmel Finde ich es halt Sehr nice gemacht Fokussiert, Bruder Also Ich finde es sehr sick Sehr nice Vorne Also alles schlicht Und hinten Egal Das ist krank, jung So Leute Also ich hab den Merch an Ich find ihn sehr sick Am meisten Find ich das Mojifam Und hinten auch, Alter Mega klasse Und mir Props Emoji Zückerli Zückerli Leck mich doch am Zückerli Und ja, ich würde sagen Ich beende auch An dieser Stelle ein kleines Das kleine Video Vlog kann man es nicht nennen Aber auf jeden Fall Video Leute, lasst ein Like da Äh Aboniert den Kanal Also macht's gut Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal